Lege 100 Meter tanzend zurück Und bei der Mission gibt es einen kleinen Trick, den ihr machen könnt, wenn ihr das alleine machen wollt Und zwar landen wir hier, wo ist das denn genau, hier bei Moisy Meadows, bei dieser Brücke Und zwar gibt es dort eine Zip-Line, eine relativ lange Wenn ihr euch da dran hängt und einfach tanzt, habt ihr diese 100 Meter in Nullkommanix quasi abgeschlossen Das zählt nämlich, wenn ihr da an dieser Zip-Line hängt und tanzt, das zählt als zurücklegen von Metern Das ist richtig praktisch und recht einfach Das Ganze könnt ihr natürlich auch zu zweit machen mit einem Boot Das heißt, einer steuert das Boot und der andere tanzt hinten drauf und dann ist das Ganze so gut wie auch fertig Wir machen das jetzt aber hier an dieser Zip Das bedeutet, ihr müsst euch so hinstellen, dass ihr quasi direkt diese Zip-Line benutzen könnt Ihr müsst vorher tanzen und dann an diese Zip-Line gehen Also ihr könnt nicht erst an die Zip-Line gehen und dann tanzen, das funktioniert nicht Sondern ihr müsst aus dem Tanz heraus an die Zip-Line springen Und dann tanzt ihr automatisch in der Luft weiter und bekommt diese Meter dazu gerechnet Richtig praktisch und sehr einfach zu erledigen Das war die Zip-Line Das war die Zip-Line Das war die Zip-Line